Hallo und willkommen zurück hier bei Let's Play The Medium in der letzten Folge. Haben wir die erste Maske gefunden und müssen hier jetzt wieder Leute befreien. Oh Gott, das sieht doch schon wieder nicht gut aus. Ich wiederhole. Das sieht doch schon wieder nicht gut aus. Habe ich die Maske jetzt trotzdem dabei? Nein, nein. Crazy, okay. Was ist das? Wir haben ein Telefon und überall sind die Kabel durchgeschnitten. Das ist halt creepy. I gotta go, the voting is about to start. You know what they say, if you're early, you're on time. No, I mean right now. I can hear them gathering across the hallway. Yeah, yeah, I'll let you know how it went. That voice, that's the guy. Crazy. Geht's wieder weiter? Ich laufe hier erstmal wieder einmal rum. Weiß nicht, ist hier vielleicht noch irgendwo was? Eher nicht, okay. Dann bin ich umsonst gelaufen. Ach, wir waren schon so nah dran an dem Dingenskirchensding. Das macht mich traurig. Das ist die andere Seite der Tür. Hier kommen wir jetzt bestimmt wieder nicht durch. Genau. Surprising. Und hier wächst schon Pflanzen auf dem Tisch. Durchgestrichen, abwesend, anwesend. Boris habe ich tatsächlich schon gehört. Das war auch der einzige Name. Der Rest sagt mir nicht so viel. Das bringt mir alles gerade nicht so viel. Hier. Da liegt auf jeden Fall schon mal was rum. Auch wieder vier. Zwei. Guck nochmal. Also Boris habe ich auf jeden Fall schon mal gehört. Sieht das hier? Ja? Ja, Boris kam mir tatsächlich bekannt vor. Das stand auch unten auf der Liste. Bin ich mir ziemlich sicher, dass das da stand. Lustig, wie auch so ein Tisch drin steht. Irgendwie lustig. Der hatte Nummer 9, aber ich habe die Nummer 9 jetzt noch nicht gesehen. Eins. Zwei. Hier kann ich gar nicht erst auf die Stühle gucken. Danke für nichts. Fünf. Neun. Hier muss er gesessen haben. Beziehungsweise war der nicht sogar abwesend? Ja, was bringt mir das, jetzt hier zu sein? Das ist neun. Okay, hier sind nur... Doch, hier sind drei Stühle. Fünf. Ja, ich würde sagen, das ist dann halt Boris, oder? Das wäre jetzt meine Schlussfolgerung. Die Frage ist halt nur... Ähm, komme ich auch wieder zurück? Wir probieren es einfach, würde ich sagen. Ja, okay. Oh nö, der kommt jetzt. Der kommt jetzt. Ich sehe es kommen. Ich sehe es kommen, dass er jetzt gleich kommt. Oder? Heute Nacht kommt der Weihnachtsmann. Heute Nacht kommt er an. Oder auch doch nicht. Ähm. Mann, wie kann ich jetzt auf einmal auf dieses Lied? Äh, Gott. Das ist manchmal so weird. Also, ich würde sagen, der Tote heißt Boris. Das wäre jetzt so mein Vorschlag. Weil den Namen habe ich unten schon gelesen auf der Liste. Der wurde eben genannt. Dass er irgendein Arsch sein soll. Ich weiß nicht. Vielleicht sollten wir ihn dann lieber tot lassen. Nein, I don't know. Vielleicht auch nicht. Kann es euch nicht sagen. Ich weiß ja nicht, wie guilty er ist. Geh jetzt erstmal in die andere Richtung. Hallo. Ah, okay. Okay. Das haben wir schon gehört. Fällt mir gerade auf. Lol. Weiß nicht, ob das irgendwas bringt. Eine weitere Postkarte. Liebling, ich vermisse dich sehr. Ich hoffe wirklich, dass du bald bei mir bist. Du würdest es dir lieben. Das Wetter ist toll. Die Sonne scheint. Der See ist ganz wunderbar. Und die Menschen sind nett. Nett und tot. Alle von ihnen. Liebe. F. Ja. Freundlich. Nett und tot. Meine Betonung gerade hat auch sehr, sehr gut gepasst. Uff. Einfach nur Uff. Mehr fällt mir dazu gerade nicht ein. Einfach nur Uff. Ganz großes Uff. Die Menschen sind nett und tot. Okay, hier könnten wir wieder rüber. Ich schaue mich trotzdem erstmal zu Ende um. Aber hier ist nichts mehr. Durch diese Tür komme ich nicht. Das heißt, wir müssen jetzt die zweite Maske wahrscheinlich suchen. Und ich kann mir sehr, sehr gut vorstellen, dass die zweite wahrscheinlich die schwerere ist, oder? Mich würde es nicht wundern. Oh Gott. Okay, jetzt sind wir drüben. Da ist auch... Ist das wieder ein Spiegel? Und hier rüber kommen wir einfach nur zurück, glaube ich, oder? Spiegel. Okay. Ich gehe erstmal weiter. Aber hier ist nichts. Wir müssen definitiv rüber. Wenn ich einmal hier gucke, was habe ich als für Gegenstände dabei? Den Cutter. Diese Katze. Und die Maske. Von Boris, I guess. Okay, auf der Seite ist wohl auch alles so immer harsch. Oh Gott. Ich habe mir noch extra den Mund zugehalten. Was bringt das denn? Auch wenn Geister unserer Welt nicht sehen können, können sie dich hören. Halte deine Luft mit Ahnen und versteck dich, bis sie weg sind. Ach so. Okay, das bringt das also. Ich dachte, das würde anders funktionieren. Aber okay. I got it. Aber ich habe schon damit gerechnet, dass jetzt exakt sowas kommt, wenn ich ehrlich bin. Deswegen. Ist okay. Wir machen wieder direkt C. Und zusätzlich noch den hier. Okay. 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 Ich verstehe nun einige Tweets, die in letzter Zeit so abgesetzt wurden. Okay. 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 Das wüsste ich aber. Ich denke nicht. Ähm. Okay. Der Star-Direktor. Okay. Okay. Ja. Ja. Ja, moin. Okay. Ja dann, zum Glück ist hier ein Durchbruch. Und hier kommen wir auch direkt wieder rüber. Ich guck trotzdem einmal kurz. Okay. Ist also in ihrem Hotelzimmer gestorben. Finden wir da noch irgendwas? Nee. Da kommen wir leider nicht rein. Ich hätte es gern gesehen, ehrlich gesagt. Ich glaube, ein dieser Namen gehört zu deinem eigenen Selbst. Aber welcher ist es? Ali and Tori. Okay. Okay. Hier muss es ja Hinweise geben. Irgendeinen Hinweis. Ja. Wäre ich wieder am Telefon? Ja. Hm. Die Seite wurde ausgelöst. Ich kann nicht die Zahlen ausmachen. Ich habe nichts. Müssen wir die Seite finden? Okay. Sollen wir da dann anrufen? Okay. Also so lange komme ich jetzt nicht raus. Okay. Irgendwas habe ich übersehen. Hier oder nicht? Also das sieht für mich voll so aus. Ich kann bestimmt auch nicht zurück, oder? Doch. Aber ich denke nicht, dass ich hier was vergessen habe. Oder? Wieso wird mir hier die ganze Nummer angezeigt? Ich dachte, wir hätten sie jetzt vielleicht irgendwie vom Telefon klauen können. Das kann ich auch wirklich nur genau so drehen, nicht anders. Irgendwas übersehe ich. Ich denke, wir müssen echt zurückgehen. Weil mir fällt... Also ich sehe nichts, was wir noch tun könnten. Ähm. Okay. Okay. Last one. I can barely feel my wrist. Ich weiß nicht. Ich weiß nicht. Ich möchte einfach nach Hause gehen. Ich muss alleine sein. Ich bin alleine. Ich bin alleine. Das, was wir jetzt haben. Also, dass wir noch weiter zurück müssen. Ja, das kenne ich schon. Das bringt mir leider nichts. Irgendwo. Die Seite wurde rausgerissen. Sie muss doch hier irgendwo sein. Ist das Viech noch da? Okay, ich komme hier auch nicht zurück. Bedeutet, der Bereich, auf dem wir suchen müssen, schränkt sich zumindest ein bisschen ein. Hier hinter ist irgendwas. Aber das ist ja das Buch. Das ist definitiv das Buch. Das ist der Armreifen. Irgendwas. Weil ich sehe wirklich überhaupt nichts. Also ich weiß nicht, ob ich einfach nur blind bin. Entweder bin ich blind auf beiden Augen oder nur einfach blöd. Und das bin ich. Genau das bin ich. Okay, wir haben es geschafft. So, okay. Ich bin einfach nur blind auf beiden Augen. Das passt schon. Da. Ein paar Nummern, würde man sagen. Okay. But I sensed there was a lot more to them. Hello? Oh, hey. Are they asleep? It's fine. I know you're busy. I'm busy too. Yeah, it's tomorrow. The big day. Yep. Thanks. I'll see you home. Kiss them for me, okay? Ich würde die lange Nummer anrufen. Das ist immer die letzte. Darf ich die anderen trotzdem noch anrufen? A name is more than what everyone calls you. It's what you feel yourself to be. Can it? Can it? Hello? Yes, this is Vivian. Room 347. I want to make a complaint. There was a man here. Yes, from the hotel staff. Frankly, I think I smelled vodka on his breath. He... What? That was the chief of staff? You know what? Never mind. Thank you. Well, it's a stressful job, I guess. First of all, I'm doing my best. What? No, I... Well, what about my hard work? It's not always about you. Don't call me Victoria. You know I hate that. Victoria? That was her given name. But not the real one. Not to her. Ja, okay. Dann hat sich das Rätsel ja für uns gelöst. Jetzt können wir wahrscheinlich auch hier rausgehen, oder? Ich denke mal, die sind davon ausgegangen, dass normale Leute erstmal ganz normal dem... Weil eben eine Nummer nach der anderen durchgehen und ich denke mir einfach nur so, fuck it. Ich gehe alle Nummern auf einmal durch. Deswegen war das gerade so ein bisschen verwirrend. Aber jetzt wissen wir ja Bescheid. Deswegen passt es dann auch. Okay. Dann müssen wir wieder zurück. Nee, in die andere Richtung, bitte. Oh, okay. Crazy, crazy. Okay, ja, jetzt müssen wir eigentlich nur noch zurück. Wenn ich nur wüsste, wo das war. Oh Gott. Den ganzen Weg wieder zurück. Scheiße. Das kann ja wieder nur gut werden. Okay. Ich gehe jetzt einfach mal strikt davon aus, dass sich nichts verändert hat. Und ich meine, ich musste hier lang, oder? Komme ich da überhaupt zurück? Ist das möglich? Nein, natürlich nicht. Okay, dann müssen wir einen anderen Weg finden. Waren die hier? Kann sein. Ja doch, die waren hier. Und dann gab es die Treppe, ne? Oder? Ja, okay. Dann machen wir das noch schnell. Das ist so interessant, dass wir von den Leuten schon gehört haben. Okay, das hier ist jetzt also der Arsch, wenn ich das richtig verstanden habe. Ich kann nur nicht interagieren. Ich gehe mal raus. Muss ich vielleicht irgendwie... Weiß ich nicht. Was soll ich tun? Ist das hier nicht seine Leiche? Das ist doch seine Leiche, oder nicht? Oder bin ich dumm? Wo ist denn jetzt noch einer davon? Oh Gott. Ich probiere es jetzt nochmal. Wir konnten doch... Ich bin mir so sicher. Ja, anscheinend doch nicht, ne? Gut, dann würde ich sagen, an der Stelle bin ich dann auch erstmal raus. Über eine Bewertung, einen Kommentar, freue ich mich wie immer sehr. Wir hören uns dann in der nächsten Folge wieder. Dann schauen wir mal, ob wir hier noch irgendwo jetzt jemanden finden. Vielleicht irgendwie weiter oben oder so. Ich weiß es nicht. Ich dachte halt die ganze Zeit, das wäre er gewesen. Vielleicht ist das aber auch nur ein Bug. Und jetzt suche ich hier die ganze Zeit vergeblich. Ich hasse sowas. Ja, ähm, genau. Über eine Bewertung, einen Kommentar, freue ich mich wie immer sehr. Und dann hören wir uns in der nächsten Folge wieder. Und dann schauen wir uns hier oben nochmal ein bisschen weiter um. Bis dahin.